hi leute ich begrüße euch hier auf weibers meerwasser zu einem neuen video hier auf meinem kanal und ich muss gleich am anfang ein kleines bisschen um entschuldigung bitten der die sound mail war natürlich nicht ganz vollständig nie wieder punkt 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 stand da natürlich nie wieder was anderes und warum das so ist das schauen wir uns dann jetzt dementsprechend jetzt an und heute machen wir mal ein video ja ein review nach knapp zweieinhalb jahren fast oder ja schon knapp 2,4 jahre habe ich ja jetzt die straton pro hier in betrieb nicht nur über diesen becken sondern auch drüben hatte ich sie über dem reefer und lassen wir das ganze mal so ein kleines bisschen revue passieren tatsächlich bin ich ja jemand gewesen der zuerst led ausprobiert hat und nicht so überzeugt war vielleicht weil ich auch nicht die richtigen hatte dann bin ich ja zur hybrid gekommen war von der hybrid sowas von begeistert die hat im prinzip alles gekonnt ja da hatte man ein entsprechendes licht spektrum bei der richtigen zusammenstellung der höheren dann noch den geilen effekt der leds mit drunter mit den clustern und ja irgendwann kam dann ollie auf mich zu und sagte pass mal auf ich habe hier jetzt die neuen pros und was hältst du davon die über die übers becken zu packen ja haben wir hin und her diskutiert er hat mich dann auch mit spektren etc hat er mich überzeugt und im endeffekt sind wir dann dazu gekommen dass ja dass ich das mache ja im prinzip ich habe mir für das becken drüben habe ich dann tatsächlich die hybrid abgehangen habe mir zwei von den 153 über das über den 625 riefer darüber gehangen reicht vollkommen aus und war erst mal tatsächlich baff vom aus vielen standpunkten also grundsätzlich die hybrid ja das war ja eine relativ klobiger klotz der darüber hängen und wir wollen es ja tatsächlich eigentlich so ein kleines bisschen hübsch und fein haben so bei hübsch und fein müssen wir jetzt mal die sachen die links und rechts hier stehen ausblenden die zählen jetzt gerade nicht aber was halt hier so drüber hängt so erster punkt war für mich die optik warum auf stratorn oder generell stadt und pro der zweite punkt wo er mich mit überzeugt hat ist dass diese lampen keine aktive lüftung haben gesagt wie machst du sowas wie geht das wie funktioniert das sagte dass es relativ einfach wir haben ja hier bei diesen bei dieser bauform haben wir 153 leds auf der gesamten fläche von ich glaube 43 x 43 oder 50 50 ich blende es noch mal ein verbaut und die sind so verteilt dass die abwärme der entsprechenden leds nach oben weg geht also wir haben durch diese große fläche durch diese große licht entstehungs fläche hier haben wir tatsächlich oder hat oli den luxus zu sagen oder die firma ati den luxus zu sagen okay wir haben die möglichkeit mit dem entsprechenden körper den wir drum herum bauen also sprich hier in bei dieser lampe ist es ein voll alu körper die wärme darüber abzuleiten ja jetzt kommen haben alle damals gesagt ja das geht doch nicht und wie kann das funktionieren die wir die werden doch viel zu warm die leds nehmen werden sie tatsächlich hier bei diesen bei dieser bauform bei der menge die im endeffekt eingesetzt wird tatsächlich nicht und das liegt daran es sind zwar high power leds also fünf watt high power leds verbaut aber die werden nicht ausgenutzt in keinster form die fahren jetzt hier wenn ich die lampe unter volllast fahren würde gerade mal pro led mit ungefähr 2,3 2,5 watt circa müsste ich noch mal eben durchrechnen blende ich euch aber mit ein so und das auf die große fläche verteilt hat natürlich den entsprechenden vorteil dass halt die abwärme dann weg geht werden wir gleich im endeffekt in der app beziehungsweise in der oberfläche sehen da ist es ja auch angezeigt so dann haben wir sie wie gesagt 153 leds unterschiedlichste farben hier die durch einen bei nach einem gewissen abstand dann zu der entsprechenden farbmischung kommen um mir mein gewünschtes licht zu bringen das heißt also ich kann sie nicht sollte sie auf mindestens 20 25 zentimeter über wasser haben damit auch der entsprechende mischungs effekt entstehen kann hier haben wir tatsächlich ja ich habe sie auf 25 zentimeter ja das ist der eine vorteil keine aktiven lüfter mehr dann diese wunderschöne dünne bauform hat mich überzeugt dass ich es hier im prinzip mit der montageschiene an die decke bringen kann oder wenn ich das halt möchte jede lampe einzeln an die decke bringen kann aufgrund des gewichts die diese lampen haben blende ich auch noch mal kurz ein für die einzelnen lampen dafür die hier haben wir die problematik dass es keine arme dafür gibt kann man sich basteln kann man machen für die varianten flex ist sowas auch möglich habe ich jetzt bei einem bekannten gesehen der hat von rezi tatsächlich so eine lange aufnahme da gehören eigentlich die die 90er leds von denen rein die hat er sich in irgendeiner form zurecht gesägt und hat da oben die flex reinlegen können aber davon reden wir jetzt nicht wir reden ja jetzt von der lampe hier also grundsätzlich gilt für die lampe hier aufhängung an der decke ja jetzt auch hier in der bauform drei stück nebeneinander mit der schiene die kabel sind in der schiene verlegt die sind weg die gehen hier hinten runter und unten zu meinen entsprechenden kontrollern und netzteilen ja um jetzt mal so ein kleines bisschen das ganze revue passieren zu lassen led ist led da kann man meiner meinung nach noch so viel mission so hundertprozentig an das an die leistungen einer hybrid also ich rede von hundertprozentiger leistung im vergleich zu einer hybrid kommt die led meiner meinung nach nicht dran das ist meine persönliche meinung die hybrid die hast du drüber gehangen die hat direkt vollgas gegeben oder die konnte man dementsprechend dann so einstellen dass er halt die entsprechende lichtstärke raus bringt und dann hat das auch alles funktioniert bei der led was man vielleicht hier und da ein paar kleinigkeiten die dann nicht funktionieren was so über die zeit jetzt aufgefallen ist bei mir die ein oder andere chorale wollte nicht muss jetzt nicht unbedingt tatsächlich an der led liegen vielleicht was auch der typ wieder davor der irgendwas im becken falsch gemacht hat aber es ist halt nicht so so simpel gewesen wie es auch tatsächlich dann unter der hybrid gelaufen ist fakt ist aber ihr seht selber was ich hier alles drin habe ich habe eupilien drin ich habe gonioporen drin chalice wunder chorale sps in verschiedensten formen und 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 das funktioniert hier unten hier drunter tatsächlich sehr sehr gut man muss sich ein entsprechendes spektrum aussuchen man sollte auf die entsprechenden lichtstärken achten die halt verwendet werden weil das muss ich auch dazu sagen ich fahre hier diesen bereich also mit den sps gerade mal mit 40 prozent der nennleistung der lampe das sind 40 cm wasser und hat ungefähr 60 cm bis zur lampe also eine gesamthöhe von 60 cm haben wir hier und die entsprechenden paar werte zeige ich euch gleich in der app werden ja auch angegeben daran kann man sich ziemlich gut orientieren so hier hinten im bereich da seht ihr das ist etwas dunkler das ist mein lps bereich da habe ich die leistung tatsächlich bis auf 30 prozent herunter reduziert und fahre da auch ein anderes programm um halt ja das ganze ein bisschen hübscher hier für die lps zu gestalten das ist auch der entsprechende vorteil ich kipp das ganze mal so ein bisschen und hoffe dass ihr das seht wir haben halt die möglichkeit hier bei den 153 an sind es drei und ich glaube bei den 204 ist es noch ein cluster mehr wir haben die möglichkeit hier in der breite verschiedene cluster einzustellen das heißt angenommen meine lps werden bis hier dann würde ich auch sagen diese lampe und das cluster 1 das cluster 2 hiervon würden könnte könnte ich dann dementsprechend eine gruppe zusammenfassen und eine andere lichtstärke oder ein anderes farbspektrum drauf geben das ist ohne probleme möglich ich kann auch unterschiedliche cluster unterschiedlich anfahren lassen wenn ich das möchte das ist alles ein drangeben und programmieren können wir uns dann gleich an dementsprechend anschauen das schöne an der ganzen sache ist aber tatsächlich dass diese lampe extrem sparsam ist ich habe bei meinem reefer vorher um die 500 watt an licht gehabt nur reines licht und ich muss das mal eben hier schauen ob ich an meine entsprechenden einstellungen hier komme moment dann kann ich euch nämlich mal sagen was dieses gesamte becken so wie es jetzt hier steht tatsächlich verbraucht das ist nämlich dass das richtig geniale wo habe ich denn gut versteckt da habe ich doch schon so wir haben jetzt hier gerade eine leistungsaufnahme da müssen wir in dem verbrauch gehen von 358 watt das gesamte becken abschneiden rückförderpumpen mess und regeltechnik und das licht das licht liegt tatsächlich jetzt bei einer stärke von ungefähr moment das sind 70 140 180 watt die ich jetzt hier gerade womit ich dieses becken hier beleuchte und ich habe hier unten am boden habe ich eben gemessen ungefähr 140 150 paar so hier hinten in dem bereich wo ich etwas schwächer das licht ausgeprägt habe fahre ich mit auf der höhe mit der mit 140 150 paar also hier oben im bereich sind teilweise bis zu 270 300 paar die da bei den sps ankommen und so kann ich mir dementsprechend ohne probleme das ganze hier so einrichten wie ich es gerne hätte läuft echt wunderbar absolut genial wie man sich das alles einstellen kann die möglichkeit hat man vor mit der hybrid nicht eine lampe eine einstellung ich konnte vielleicht das eine cluster ein bisschen anders einstellen wie das andere aber das war er dann auch und hier mit dieser unterteilung mit den unterschiedlichen klastern die ich halt hier bei der montage so wie ich sie habe von links nach rechts habe ist halt die möglichkeit gegeben dass das alles hier einstellbar für mich ist und skalierbar auf die bereiche wo ich brauche schauen muss das ganze aber jetzt erst mal gleich am rechner etwas genauer an so leute jetzt schauen wir uns das ganze mal etwas genauer an ich schmeiß mal eben meinen rechner an hier dass ich auf die oberfläche kommen und dann starten wir mal die bildschirmaufnahme damit ihr dann auch was sehen könnt ich bin das ganze einmal hier mit ein und hier seht ihr jetzt im endeffekt meine konfiguration die ich hier eingestellt habe ich habe hier meine farben wie ihr sehen könnt ein wenig modifiziert das ist das normale programm was ich auf der rechten seite für euch auf der linken seite rechte seite die beiden lampen habe und hier unten das ist das programm lps was ich mir da vom lps plus programm ab ja gekupfert habe so ein kleines bisschen weil da bin ich auch hingegangen und habe den uv anteil reduziert auf null und das können wir hier sehr schön sehen aber was ich eigentlich euch zeigen möchte ist dann das werde ich auch mal versuchen etwas größer zu blenden ist hier oben sind hier oben diese werte wir haben als allererstes ganz links oben für eine lampe hier in dem bereich das ist die die jetzt diese lampe die hier angezeigt wird 65 watt stromaufnahme diese stromaufnahme wird hier direkt am gerät unten am transformator abgegriffen also richtig abgegriffen sich errechnet errechnete wird anhand der stromaufnahme der entsprechende paar werte der hier tatsächlich dann wirkt mit einer abweichung von ungefähr fünf bis zehn prozent ist aber nicht weiter schlimm das ganze soll uns ja auch nur im endeffekt als als orientierung dienen so wir haben jetzt hier bei 60 zentimeter am boden hier im rechten bereich immer noch 143 paar angezeigt so jetzt wechseln wir mal die lampe jetzt gehen wir mal hinten auf die lps lampe dazu gehe ich hier ins menü rein ich weiß dass die lampe hier also spricht die mit der seriennummer und mit der ip das ist die lampe die da hinten sitzt und dann sehen wir uns mal an die habe ich ja mit schwäche dieser schwäche eingestellt die arbeitet mit 40 watt und hat am boden immer noch um die 80 bis 90 paar unten angezeigt in der mitte da wo meine euphilien sind da liegen wir so ungefähr bei 150 paar das was ich auch hier so in dem bereich ungefähr am boden habe somit kann ich unterschiedliche zonen hier sehr schön simulieren unterschiedliche farbeinstellungen machen und jetzt könnt ihr natürlich sagen ja was da oben steht das ist ja noch pauschal gesagt das kann ja jeder behaupten so leute ich habe da mal ein kleines bisschen aufgebaut beziehungsweise umgebaut ich habe hier auf dem rechner nehme ich euch mal direkt mit damit ihr das sehen könnt moment ich muss das ein kleines bisschen vergrößern hier und los geht's ich bin hingegangen habe erstmal meine pumpen ausgeschaltet auf manuellen modus damit wir jetzt hier eine entsprechend saubere oberfläche haben wir haben immer noch ein kleines bisschen bewegung drin weil hinten eine pumpe läuft aber wir messen hier im vorderen bereich da passt das von der bewegung her definitiv so hier haben wir dann jetzt unsere ansicht von der von der app beziehungsweise von der website die anzeige hier oben links in der ecke die schneide ich euch mal aus und legt die runter genauso wie die anzeige hier vom paar weiß die schneide ich auch mal separat aus und legt die runter und das gesamtbild lege ich euch dann verkleinert jetzt gleich nach oben damit ihr im endeffekt sehen können dass ich da nicht in irgendeiner form die daten hier fälsche weil das wird ja auch schon mal ganz gerne behauptet ja das ist ja das ist synchron und stimmt ja gar nicht was da steht haben wir alle schon gehabt von daher erwähne ich das ja ich befinde mich jetzt hier mit meiner ansicht von der lampe auf diesen beiden lampen hier auf diesem cluster die habe ich ja zu einem cluster zusammengeschaltet und wir haben hier unten haben wir die 60 cm wir haben ungefähr hier auf der höhe haben wir 45 cm das sind so die beiden messbereiche die ich hier auch tatsächlich vernünftig abgreifen kann 30 cm haben wir ungefähr hier das bringt uns nicht weil das ganze dann hier sowieso dann viel zu hoch wäre mal 25 cm und auf fünf zentimeter runter warum soll ich da messen weil da oben steht sowieso nichts also hier auf dem bereich und das hier unten genau das gleiche hier unten und dann im mittleren bereich wo die euphilien sind gut lange rede kurzer sind fangen wir einfach mal an setzen den paar weiß hier unten auf die erde und die messung zeigt 140 und es sollten sein 143 ja verdammte axt also es schwankt so klein bisschen aber 140 sind sind tatsächlich awoke und passt so dann setzen wir mal ein bisschen schräger weil wir jetzt hier oben hin müssen auf die 45 cm da sind wir bei 260 und sollten haben schlechte augen 250 also zwischen 259 ja da ist er zehn paar drüber vielleicht bin ich auch einfach nur ein stückchen zu hoch guck da haben wir die 240 ich werde gleich noch mal ausmessen damit man dann auch genau sehen ob das auch für wirklich 45 cm sind so schaut es dann hier aus wenn wir hier einen schnittpunkt von zwei lampen kommen das ist auch recht interessant das müsste hier wenn die sich überschneiden da haben wir tatsächlich eine etwas höhere paar stärke weil zwei lampen tatsächlich zusammenkommen von der lichtstärke her die addieren sich also das sollte man so ein kleines bisschen hier auch berechnen beziehungsweise vielleicht diese cluster hier separat schalten und zusammen ein kleines bisschen runter dem wenn man auf diese lichtstärke dementsprechend eingehen möchte also sind tatsächlich haben wir hier im bereich jetzt 150 paar und es sollten eigentlich sein 140 also sind zehn paar mehr solltet ihr wissen wenn ihr empfindlichere korallen habt aber so drastisch ist das ganze eigentlich auch nicht so jetzt gehe ich mal kurz in die app rein und wechsel die lampe von der anzeige her wir fahren hier übrigens pro lampe auf der rechten seite für euch mit jeweils 60 65 bis 60 bis 70 watt das heißt also der bereich hier wird alleine schon nur nur mit 140 watt betrieben also eigentlich im vergleich zur hybrid ein absoluter witz so jetzt gehen wir mal hier hinten in meinen lps bereich am boden da wird gemessen 52 50 und ich sehe es wieder nicht dürfte aber auch so die 50 sein wenn ich das richtig interpretiere dann gehen wir jetzt hier mal in den mittleren bereich da liegen wir bei 100 ein bisschen mehr in den gesamten knapp 100 an dem an der stelle soll es auch so sein ja nun bei 45 cm 90 paar so tatsächlich das was es sein soll ihr seht auch es ist extrem blaulastig 45 cm 90 paar und die anzeige oben passt dann dementsprechend auch also kann man sich auf diese anzeige sehr sehr gut verlassen was die lichtstärke angeht problem was wir natürlich im endeffekt haben ist das spektrum jetzt gehen wir gleich noch mal kurz auf eine kleinigkeit ein so jetzt schauen wir uns dann noch mal die temperaturen an weil das ist ja auch so eine sache die definitiv immer ich sag mal wo drauf rumgeritten wird ja die werden zu heiß die werden zu heiß also jetzt nicht unbedingt bei der stratum sondern ich sage mal bei den aktiv gekühlten lampen und da haben wir ja auch die problematik im endeffekt aktiv gekühlte lampen ventilatoren die verdrecken da kommt staub rein der setzt sich zu die haben dann nicht mehr diese kühlleistung nach einer gewissen zeit oder je nachdem wie viel staub ihr im haus habt das ist ja auch noch so ein ist es zu spät also sollte man nach solch bei solchen lampen regelmäßig danach gucken hier haben wir die problematik nicht so ich blende euch noch mal dementsprechend das hier ein und den paar weiß den können wir jetzt tatsächlich wegnehmen machen uns das hier mal ein kleines bisschen größer und schauen uns hier da haben wir ein symbol da wird die aktuelle temperatur von den lampen jetzt gleich eingeblendet der greift die daten ab wie holz allein kann doch mal ein bisschen dauern weil das hier ist unter anderem auch ein tool was so in anderen lampen nicht verbaut ist es wird eine temperatur angezeigt ja aber wir haben hier tatsächlich ein monitoring über 48 stunden wo wir tatsächlich sehen können wo die lampen sind ob irgendwo ein cluster nicht wirklich funktioniert hat beste beispiel ist jetzt hier wir haben hier einen grünen strich den wir jetzt hier grün der orange und blau das war eine lampe genau das ist die lampe links außen die hatte ich separat ausgeschaltet die habe ich nicht komplett mit neu gestartet von daher sind zu dem zeitpunkt auch keine daten das ist die spitze die nach unten gegangen ist aber hier könnt ihr sauber drauf sehen was im endeffekt auf euren wie eure lampen vom temperaturverlauf her sind und tatsächlich hier unten links ist dann auch noch mal sind die gruppen angezeigt und wie welche temperatur diese gruppen haben die linke lampe dort hinten hat jetzt gerade mal 25,8 grad ok die läuft jetzt auch mit einer leistung von 30 prozent ja ist natürlich wirklich nicht so viel aber es reicht für die lps da hinten komplett aus ist ein bisschen dunkler und dann seht ihr den bereich dann hier hinten heller werden bzw ab hier natürlich heller weil diese beiden lampen hier auf den unglaublichen wert von 40 prozent leistung fahren und dabei nur 29 grad temperatur generieren also das ganze ist hier natürlich möglich einmal dadurch dass natürlich die ganzen lampen hier mit unheimlich wenig strom bestromt werden bei den sagen wir bei den klastern und bei diesen kompakteren lampen mit aktiv lüftung ist es so dass sie high power leds auch wirklich bis kurz vorm schluss ausgereizt werden und dann natürlich sehr viel abwärme produzieren haben wir hier nicht wir haben hier eine leistung pro lampe maximal von 215 euro 215 watt so und wie die lampe maximal aufnimmt und wenn man das runterrechnen kommen wir gerade mal auf 1,4 watt pro led das ist so gut wie ja nix und das ist ja mindestens ein drittel weniger nur ein drittel von dem was sie tatsächlich können so ungefähr so und dann haben wir natürlich noch die ich sag mal diesen kompletten alu körper der tatsächlich dafür sorgt dass alles was an abwärme da ist auch sauber nach außen getragen wird und direkt weg geht wir haben hier keine plastikteile daran verbaut die jetzt meinetwegen unterschiedlich sich ausdehnen oder sonst irgendwas es ist alles aufeinander abgestimmt die lampe hat von unten ist die aus aluminium der körper oben ist ein ganz aluminium körper aus einem stück gefräst somit kann die komplette wärme sauber raus gebracht werden aus der lampe und schont somit die leds und zweieinhalb jahre diese lampe hier und hat immer noch die gleiche leistung wie am anfang tatsächlich die anzeigen stimmen so wie sie jetzt hier im endeffekt auch angezeigt werden ich wechsel jetzt noch mal kurz rüber auf die andere lampe damit ihr noch mal die stromaufnahme seht also jetzt hier waren es die linke waren 25 watt und jetzt hier in der mitte sind es 65 bis 70 watt gehen wir mal von 70 watt aus sind 140 sind 165 watt die jetzt gerade hier mein gesamtes becken beleuchten und das ist tatsächlich sehr sehr wenig links könnte ich tatsächlich noch ein kleines bisschen mehr saft drauf geben da habt ihr recht werde ich wahrscheinlich auch tun aber bisher sieht es da hinten ziemlich gut aus und das braucht man nicht ja was an dieser lampe auch noch sehr sehr schön ist sie ist natürlich wie am anfang gesagt sehr dünn sehr flach wir haben hier eine abmessung 47 an 47 cm mit gerade mal ich glaube 1,1 1,6 cm dicke blende ich aber noch mal genau ein habe ich jetzt gerade nicht im kopf aber das ist natürlich ein extrem schlankes design und gefällt mir dementsprechend hier natürlich wirklich richtig richtig gut weil es wirklich slimline ist im prinzip und so am markt eigentlich auch von keiner anderen lampe so geleistet wird von der optik her ja lange rede kurzer sinn tatsächlich bin ich wie ihr merkt von dieser lampe begeistert und werde auch definitiv über meine größeren becken nichts anderes drüber packen natürlich werde ich hier und da werden wir andere lampen testen klar logisch seht ihr ja oben am jascha oder beim torsten über dem waterbox da sind andere lampen drüber da schauen uns das ganze mal an was die können und ja ganz ehrlich gesagt andere lampen können können auch aber was andere lampen nicht können ist mit so wenig leistungsaufnahme so viel licht zu generieren auf einer so großen fläche ja das sind drei dinge die diese lampe hier tatsächlich erfüllt das vierte ist nicht aktiv gekühlt ja ihr merkt schon ich liebe diese lampe tatsächlich und die funktioniert bei mir einwandfrei keine ausfälle paar kleinigkeiten sind gemacht worden zwischendurch sind updates gemacht worden die solltet ihr auch regelmäßig ziehen oder überprüfen ob neue da sind dann gibt es wieder neue tools oder neue gimmicks die dann mit eingebaut wurden oder vielleicht irgendwelche kleinigkeiten die behoben wurden aber alles in allem ihr seht es wächst hier eine valida die wächst wie wieder teufel hier vorne hinten die anderen sps sind auch tatsächlich ohne problem am wachsen sprich die kalendrium da hinten meine euphilien beziehungsweise meine glabreskens da hinten das waren auch mal nur ein auf zwei köpfe jeweils das ist ein riesenwald geworden und wie auch schon anfangs glaube ich gesagt andere haben diese lampe auch im einsatz und wie zum beispiel tom's korallen auf seiner farm und die macht da ihren dienst und der nimmt da auch zu der zucht warum sollte er sie austauschen wenn sie funktioniert von daher kann ich eigentlich nur sagen es ist eine investition ja aber es ist eine investition die sich dann auf lange lange zeit meiner meinung nach rentiert weil man eigentlich keine andere lampe mehr braucht weil die lampe tatsächlich das alles leisten kann was wir in unserer aquaristik brauchen und dazu noch formschön und kostengünstig im unterhalt ist gut das video war meiner meinung nach wieder mal lang genug entschuldigt bitte aber ich wollte euch die entsprechenden vor und nachteile wenn es dann nachteile gibt sagen wir mal außer der preis etwas genauer aufführen und ich denke mal das ist mir auch gelungen in diesem sinne bedanke ich mich bei euch für eure aufmerksamkeit lasst ein däumchen da für den algorithmus und wir sehen uns im nächsten video vielen lieben dank euer weiper ciao und 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 und